Ja moin, wir sind auf dem Weg in die Station Genesis Ich glaube nicht, dass das geht, oder? Ich kann mit der Waffe nicht mitmachen Scheisse B&B Scheisse B&B Puh, mit diesen Waffen, die ich dabei habe, wird das schwierig Ich möchte die Jücke noch ein bisschen sparen Hey, wir verlieren hier an Boden! Wir brauchen jetzt Unterstützung von der Seite oder wir verlieren die Brücke! Nein Zwei Schuss im... Im Werfer Nein, ein Schuss noch im Werfer Oh, weg, weg, weg! Draue Granaten durchgelegt Draue Granaten durchgelegt Hier, Malikow! Meine Skorte wurde decimiert! Unsere Männer werden bei lebendigem Leibe gefressen! Lieutenant, wir nutzen den Kern des Forms! Beheilen Sie sich! Er ist nur noch nicht hier! Wir müssen den Kern zuerst erreichen! So die Dauer verschwenden! Ah, ich finde sie nicht! Ich könnte sie nicht sehen, dass dieses минимum geht, dann gewinnen! Saßen wir nicht! Und dann besser von der Kaffee? Aber ich finde sie nicht! Ich denke, das ist eine Kaffee. Schöpfe Schöpfe Oh shit Schöpfe 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 Nein, keine runter Das ist wieder eine Runde heute Problem ist ja keine Granatenmünze 龍 Gehen, Gehen, Gehen! Oh mein Gott. Wow, die haben wir gar nicht gesagt. Sehr guter Aufwand zu finden. Beim Aufzug bewegt sich was. Gehen Sie in Position. Feuer frei! Gleich sicher. Rein in den Aufzug. Jetzt sind wir dabei. Wir müssen noch einmal weg. Das ist ein Schuss, aber wir müssen noch einen Anwendung. Und wir sollten noch einen Anwendung nehmen. Wir müssen noch einen Anwendung nehmen. Es gibt noch einen Anwendung. Das ist ein Anwendung. Bin in Station Guinnesses. Malikow lebt. Wir hören Sie Echo 1. Wenn Sie nochmal Befehle missachten, spende ich Ihren Körper der Wissenschaft. Schaffen Sie den Doktor daraus. Ein Vogel ist unterwegs. Wir haben Kontakt! Sie haben Bohrer! Weiter! Bewegung! Zurück dringend! Feuer auf den Ausgang konzentriert! Auf ihn! Sie ist erledigt! Bewegung! Malikow ist irgendwo hier drin. Ein Mann an einem Bohrer. Wir brauchen ihn in den Rohren. Die Jungs waren von der Yankee-Kompagnie. Malikows Eskorte. Sie müssen hier durchgekommen sein. Was war das? Ich hab's auch gehört. Sie müssen hier lang gegangen sein. Das ist einer von Malikows Team. Die Tür ist kaputt. Wie kommen wir rein? Da fährt ein Kabel zur Tür. Was ist wieder der Verdammt? Ich bin hier in den Kabel. Ich bin hier in den Kabel. Ich bin hier in den Kabel. Ich bin hier in die Tür. Es ist zu spät. Du hast deine Mäller in den Tod. Sicher, dass wir hier richtig sind, Lieutenant? Ja, ganz sicher. Jetzt ist es nicht mehr weit. Das muss der Hauptschalter sein. Rechnen Sie mit Beschuss, sobald wir ihn anschalten. Sir, möchten Sie sich erst vorstellen? Jetzt wird es wohl ernst. Hilfe! Er ist jetzt raus! Sir, der Haus ist ja. Verdammt, was ist das? Durch mich! Wir werden weiter! Was haben wir jetzt da umhauen, das Ding? Was haben wir denn da um? Was? Was ist denn da? Probieren wir uns jetzt eine Sekte. Wir müssen die Kabel machen. Wir müssen auch sein. Oh Scheisse, ich müsste doch irgendwie ein Kabel nehmen, oder? Ich kann das nicht geben, das Ding. Das muss der Hauptschalter sein. Rechnen Sie mit Beschuss, sobald wir ihn anschalten. Jetzt wird's wohl ernst. Hilfe! Er ist hier draussen! Verdammt, was ist das? Scheisse, ich habe das nicht gegeben. Die Kabel nehmen. Ich bin im Endeffekt alle übrig. Ich bin im Endeffekt. Ich habe es noch nicht drauf geschissen. Ich bin im Endeffekt. Ich bin im Endeffekt. Ich bin im Endeffekt. Alle anderen hier. Ich habe nichts gemacht. Ich bin im Endeffekt. Ich bin im Endeffekt. Ich bin im Endeffekt. Wir kommen zu Ihnen. Aber wir müssen schnell hier weg. Roger, wir sehen uns bei der LZ. Er liegt dort. ECHO 1 an alle X-Ray einhalten. Sofort zur Oberfläche evakuieren. Ich übernehme im Alikov. Ein Vogel ist im Anflug und wir brauchen eine LZ. Verstanden? Alles klar, ECHO. Wir evakuieren. Wir evakuieren. Halt mich, als selbst unser Vogel am Boden ist. Kommando an ECHO 1. Kommen Sie mit dem Flugzeug... Ich bin im Endeffekt nicht mehr für meine Gäbbelingaben. Alle Militäranlagen brennen. Noch ein anderes überstehen wir einfach nicht. Wir haben nur eine Chance. Wir müssen diese Dreck-Säcke überlisten. Und... Was ist das Ding? Ja. Wie kommst du denn hier durch? Das ist also verdammt krass. Ich weiss nicht, wie ich dem Schaden machen kann. Ich renne jetzt erstmal durch. Nein! Nein! Ich kann es auch nicht killen oder so. Hm. Wie komm ja der vorbei? Ich habe hier eine Chance. Ich muss ihn schon immer vorbei kommen. Hier kann er dann durch. Ich muss ihn vielleicht hier raus locken und dann hier durch rennen. Wir können jetzt hoch. Das ist so hin und ich... ...und ich mich stets nicht weg. ...und ich bin immer sicher sicher zu gehen. Ich bin Kontrollpunkt bedeicht. Bevor ihr aufrecht gehen konntet, und so wird es jetzt wieder sein. Schon bald wird euer Himmel mit unseren Sternen leuchten, und die Erde wird erzittern. Und erst dann werdet ihr wirklich erfahren, was es heißt zu leiden. Sie brauchen die Inhibitorenbehandlung, Nathan. Sie sind verhoben. Er lässt uns am Leben. Warum? Ähm, da lang. Wir müssen uns beeilen. Ich erkläre es ihnen unterwegs. Und wir erklären sie. Ein paar Granaten wären mal nicht verkehrt. Ob ich ihm trauen kann. Ausserhalb des Geländes ist noch ein ausgegrabener Turm. Wir müssen ihn unbedingt sofort erreichen. Jetzt erklären wir mal, warum er uns verschont. Wir müssen jetzt los, Doktor. Uh, da ist wieder eine Öffnung. Das ist eine sehr alte Bestienart. Ich halte sie für die ursprüngliche Spezies in ihrer reinsten Form. Ich kenne sie runter. Ich schordrenten sie weiter. Oder mit einer Granaten vielleicht. Aber ich will sie eigentlich nicht verschwenden. Ist das eine neue Bestienart? Wenn ich in den Turm komme, kann ich es vielleicht noch erinnern. Auf diesen Kreaturen, diesen reinen Bestien, basierten meine Forschungen. Bei meinen ersten Experimenten in Russland, sie nennen sie Spalter, konnte ich den Prozess nicht perfektionieren. Aber das ist eine lange Geschichte. Wir müssen weiter. Ich habe die Türschlösser verschlüsselt. Das dürfte sie aufhalten. Vor uns ist ein Aufzug. Das ist der einzige Weg hier raus. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Oh no. Sie schießt nicht schlecht Ich bin nicht mehr hier Ich bin nicht mehr, ich bin nicht mehr Das war's für heute. Also, warum hat er sie verschont? Mich zu verschonen ist wohl seine Rache. Sein Erschaffer soll den ultimativen Triumph der Bestien sehen. Sein Erschaffer? Und der zweite? Sein Erschaffer ist noch ein Aufzug, der uns nach oben bringt. Wir dürfen nicht bewegen. Er hat uns entdeckt. Was ist das? Neuropteraspikulus, ein hochentwickelter verwanderter Spezies, die zwei Kontinente infiziert hat. Greift ihn als Schwarm an. Nicht bewerben, das ist ja. Nicht bewerben, das ist ja. Nicht bewerben, das ist ja. Ah, die Granate ist nicht... Die Granate hat es irgendwie als Schnur zurückgeworfen. Nicht weit von hier ist noch ein Aufzug, der uns nach oben bringt. Halt! Nicht bewegen! Er hat uns entdeckt! Was ist das? Neuroptera spiculus, ein hochentwickelter, verwanderter Spezies, die zwei Kontinente infiziert hat. Greift immer als Schwarm an. Sehen Sie das? Der Schwarm hält sich von dem Generator fern. Entweder er mag Elektrizität nicht, oder er wird es uns glauben. Finden wir es heraus. Ja. Gott stehe uns bei. Es funktioniert. Hier sind wir sicher. So, was jetzt? Jetzt... Äh... Ja... Ja, das ist eine gute Frage. Der Schwarm bewegt sich weg. Glauben Sie, das ist eine Falle? Nein. Ich glaube, er gibt auf. Zumindest fürs Erste. Los, hier lang! Die Generatoren werden offenbar von dem Boden integrierten drucksensiblen Kontaktinduktoren gesteuert. Da, die Brücke fährt raus. Gut. Das ist unser Weg hier raus. Der Schwarm kommt! Okay. Die Tür hält ihn zurück. Sie versuchen den Schwarm reinzulassen. Rückzug! Zurück zum Generator! Der Schwarm kommt. Die Tür halten wird in der Flü Katherine. Die Erachter werden auf den Flüchten gezogen. Die Erachter werden sie fertig. Die Erachter werden sie verraten. Der Schwarm läuft hier durch. Drei nichts mehr. Der Schwarm ist nicht hin. Scheiße, Schwart. Die Generatoren werden offenbar von dem Boden integrierten Druck-Sensiblen-Kontakt-Invoktoren gedrückt. Ich verstehe leider. Ja, die Brücke ist schon raus. Gut, das ist unser Weg hier raus. Der Schwarm kommt! Okay, die Tür hält ihn zurück. Sie versuchen den Schwarm reinzulassen. Rückzug, zurück zum Generator! Ja, aber ich habe ihn keine Hand mit dem nicht, kann ich nicht. Die Generatoren werden von dem Boden integrierten Druck-sensiblen Kontaktinduktoren gesteuert. Ja, die Brücke führt raus. Gut, das ist unser Weg hier raus. Der Schwarm kommt! Okay, die Tür hält ihn zurück. Die Verwunder wird Schwarm reißen lassen. Rückzug! Zurück zum Generator! Zurück zum Generator! Zurück zum Generator! Wir haben die Tür auf Seine über den Kommen. Wir haben die Tür auf Seine über den Kommen. Wir haben den Kommen. Ich glaube, die Generatoren sind der Schlüssel, ihn zu besiegen. Los, beeilen wir uns! Alle Türen werden mit einer Kombination von elf Symbolen geöffnet, die ein Alphabet aus 29 Symbolen verwendet. Jede Kombination auszuprobieren würde 5,8 Milliarden Jahre dauern. Ich habe eine Reihe von Mustern hinter diesen Kombinationen entdeckt. Als ich die verstanden hatte, konnte ich den Turm selbst steuern. Eine Falle! Dann wird zum Feuern! Los, doch nicht! Dem subscribing! Urgh! Ge Cafe! Ich kann sie nicht aufhalten. Ich kann sie nicht aufhalten. Meter rinne. Ich bin nicht fern. Ich dachte schon, das ist mein sicherer Sinn. Ich schulde Ihnen was. Der Turm in Chicago liegt im grauen Bereich. Es wäre Irrsinn, dorthin zu gehen. Darum würde er nicht mit uns rechnen.